Hallo, wir sehen könnt ihr jetzt weiter mit Feuerrett Omega, ihr kennt mein Team, ich habe mich noch kein neues gefangen, also nur Mugbee, auf Level 12 habe ich trainiert, und jetzt kommt der Rivale, den werde ich schnell bashen, und dann ist der Pater schon wieder vorbei, wird nicht lange dauern, aber egal, ihr wollt es ja bestimmt sehen. Ja, 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 ich weiß, was du willst, ich mache dich fertig, dass hier klar steht, ja, er fängt an mit Zubat, Level 9, oh, wie süß, ich mache hier mal schnell Qt, die Hälfte ist weg, oh, erstaunen, ja, kannst du nicht, ist ja niedlich. So, noch Elecate, wieder Clue, das hält ein bisschen mehr aus, aber er ist noch selber Blick, was auch nicht viel bringt, oh, rückst du piep, ja, sehr schön, oh, es trägt eine Beere, oh, ich habe keine Getränke gekauft, aber mag, wie gesagt, sie das schaffen, hoffe ich, ja, 8 Kp nur, wenn es keine Folter vorkommt, dann gewinne ich, es kommt doch keiner, oder? Okay, okay, dann habe ich jetzt gewonnen. Das war ein kurzer Part, ein kurzer Kampf, aber egal, mag, wie recht, der wird reich sehen, und ich sage euch, der nächste Part wird nicht irgendein, weil ich da kämpfe ich nämlich gegen Rocco, den ersten Arenaleiter, und der wird schwer mit seinen Scheiß-Stein-Pokémon, sobald ich vielleicht auch schon wieder ein neues Pokémon haben, was mir da ein bisschen helfen will, alleine wird Maggi das kaum schaffen. Ja, ansonsten möchte ich diesen Part hier beenden, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, denn es heißt, der erste Arenaleiter, also bis dann. Vielen Dank.